Musik Ich kannte Brel gar nichts und ich schäme mich dafür. Also es ist ein, kein leichter Abend, aber ein hoffnungsvoller. Also es geht in allen Nummern um etwas Existenzielles und das ist spannend. Und man kriegt schon durch die Lieder, durch die Texte, durch die, wie sie geschrieben sind, auch eine Ahnung von dem, wie Jacques Brel war. Es ist wie ein großartiger Hügel hier, und um ein französisches Cabaret zu erleben, das ist in einem Raum wie dieser, ist magisch. Dann nennt man mich den lieben Gott, den, den sie zwischen Hot und Trott im Telefonbuch unterschrott, als Schiedsrichter verkaufen. Brel war romantisch, ohne kitschig zu sein. Er war subversiv für die Zeit, ohne Blumenkind zu sein. Ich bin damit groß geworden, deswegen, also die meisten Lieder kannte ich eh. Meine Mutter hatte all die Schallplatten, aber auch Französisch halt. Also die Übersetzung habe ich erst in, die Englischen erst in New York kennengelernt. Und eben jetzt haben wir uns mehr beschäftigt, auch mit den deutschen Übersetzungen, beziehungsweise einige selbst gemacht. Ja, ich denke, wir KünstlerInnen haben auch irgendwie die Aufgabe, Menschen daran zu erinnern, dass es etwas Größeres gibt, für das wir kämpfen können, für die Liebe, für die Hoffnung. Und das, finde ich, erzählen die Lieder alle sehr gut. In the Port of Amsterdam, in the Port of Amsterdam. In the Port of Amsterdam.